Bevor wir jetzt zur Siegerehrung gehen, würde ich mich gerne noch mal bei der Silvia bedanken und dem ganzen Vorstandsteam. Es hat super viel Spaß gemacht mit euch heute. Diesen Tag zu erleben und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und ja, ich weiß, es war etwas warm, aber seid froh, dass die Sonne geschienen hat und nicht für letztes Wochenende, deswegen, ihr bekommt jetzt alle noch euer Lob und eure Anerkennung. Wir hatten einen mega tollen Tag, danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ich habe zwei Jungs, die sich für euch noch was ausgedacht haben, dass wir unsere Stimmung hier in den Laden kriegen, Matthias, Jan. Gib mir ein H! H! Gib mir ein U! U! Gib mir ein M! E! Gib mir ein B! E! Gib mir ein A! A! Ausrufezeichen! 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 Ausrufeichen! 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 Jetzt kommen wir auf die Siegerehrungsverliebe zu mir. Seid ihr überhaupt noch fried für eine Siegerehrung? Also ich habe euch nicht gehört, das geht lauter. Seid ihr noch fried? So, die Turnierleitung hat hin und her gerechnet. Wir sind eigentlich zu dem Entschluss gekommen und die Ergebnisse zeigen das auch. Wie ihr wisst, bekommen Sieger eine Goldmedaille und einen Pokal. Wir haben heute nur Goldmedaillenmannschaften hier auf den Stadten. Die erste Goldmedaille-Mannschaft ist die Mannschaft von Eintracht-Kathassheim-Zwei. Können Sie nachdem? Wie haben Sie die Leute Ahí ¿?! Trais, tais, tais! Nein, das geht jetzt 놈! Nein, das geht nicht, wenn wir uns dann zwei Verträger sind. Nein, das wollt ihr nicht, die hat es ausgemacht. Verteilt es selbst so. Ja, verteilt es euch so. Okay. So, das sind wir, können das verteilen. Verteilt es, wenn ihr wisst. Ja, sehr gut. So, eine Medaille noch, ich bin hier. Die nächste Goldmedaille, Mannschaft, FC Bayern Alzenau 2. Du nimmst den Block an. Glückwunsch. Glückwunsch. Unsere nächste Goldmedaille-Mannschaft, TG Trapens 2. Weiß, TG Trapens 2. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die Lebenshilfe Kicker Weinheim. Erste Platz. Goldmedaill für alle. Erschlag mich nicht! Heeeey! 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 So, die nächsten Gruppe. Die Löwen vom FC Astoria Waldorf. Heeeey! Heeeey! Hallo! 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 Hallo- Hallo- Hallo! Hallo- Wollt ihr? TAKING IN CREDIBILDS 1! JA! Hej, hei, 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 hey. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020